Willkommen bei der Sama. Mein Name ist Fred, ich arbeite hier als Industriemechaniker und die Arbeit macht mir echt Spaß. Also generell sucht die Sama immer kompetente Mitarbeiter, die zu uns ins Team passen und zum Team wollen. Insbesondere suchen wir auch Industriemechaniker oder auch Mitarbeiter in dem keramischen Bereich. Ich würde sagen, das Miteinander bei der Sama ist schon fast familiär. Das sind mittlerweile eher gute Freunde anstatt einfach nur Kollegen. Die Offenheit, man kann halt auch wirklich zu jedem gehen, egal mit welchen Problemen. Man hat ja ein super Umfeld und man lacht auch ganz viel gemeinsam. Ja, selbstverständlich gibt es bei der Sama auch Grillfeste. Genauso wie eine Weihnachtsfeier, 30 Tage Urlaub, was natürlich super ist. Wir haben eine sehr abwachsungsreiche Tätigkeit, weil wir ein großes Spektrum haben an Maschinen. Und zum Feierabend setzen wir uns gerne mal zusammen und trinken auch mal ein Bier. Vielleicht hat dir unsere Vorstellung im Video jetzt gefallen. Überleg nicht so lange. Wenn du Interesse hast, bewirb dich einfach bei uns. Fang an. Mir gefällt es seit vielen Jahren schon. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.